hallo freunde der leichten unterhaltung willkommen zurück zu until dawn wir machen ein bisschen das bergwerk unsicher eben noch ein totem gefunden in der letzten folge schon wieder ein schwarzes weg gucken mal weiter was wir noch so toll ist hier unten finden das finden ja noch mit mit wurst ja super oder einfach nur lagen über eine tonne oh ja oh ja jetzt kann sie plötzlich rennen ja da kommst du niemals hoch warum freut sie sich dann überhaupt ich war gut ja genau gehen wir hier richtung ja lauft rennen rennen zu den tonnen und holst du dir ein spät ja lass liegen da liegt es gut hier ist auch noch was ok 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 oh mein gott das ist die brille das ist ganz genau ein jahr her zeichen im fels was soll das bloß bei der zweite 14 12 tage hier unten die ist gar nicht gestorben oder alle beide oder hat die eine die andere gefuttert ich habe keine ahnung okay erst mal nach rechts ich glaube dass es links normal weiter geht und ich möchte erst mal nach rechts ach du scheiße das heißt hannah hat überlebt ach du scheiße okay das ist neu warte mal was ist denn hier mit der tür und weg damit hallo fokus ok es geht da definitiv weiter wir gehen jetzt erstmal die ganze animation bricht ab wir müssen die hand oh ja schon krass wenn dir sowas passiert dann muss er deine eigene schwester beerdigt du bist hier einfach gefangen das ist schon krass ne ich würde mich so tode ängstigen glaube ich jedenfalls da war doch irgendetwas rosanes eben oder fange ich auch schon in mir das einzubilden und nach unten fass ihn an und nach unten das ist jetzt mal nein ach guck mal wer da ist oh gott ich darf mich nicht bewegen ich habe mich nicht bewegt ich habe mich wirklich nicht bewegt ich war es nicht Ich bin ja total angespannt. Ah Gott. Merkt man überhaupt nicht. Oh man. Oh ja. Shit 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 shit. Oh nein. Josh. 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 Oh, wirklich gut. Ihr alle hier habt mich erkannt. Und nach allem, was ihr erlebt habt, gut. Gut, 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 gut. Wie fühlt sich das an? Also? Wie ist das? Ist das schön? Wenn man terrorisiert wird, gedemütigt, in Panik? All die Gefühle, die meine Schwestern erleben durften, vor einem Jahr? Aber ratet mal, sie kamen nicht mehr zum Lachen. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Sie sind fort. Vielleicht fällt es dir nicht auf, Josh, aber keiner von uns lacht. Ach, kommt, 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 kommt. Wieso diese Gesichter? Kommt schon. Tut doch gut, wenn einem ab und zu das Herz rast. Stimmt's? Und wie sie gerast sind. Ich meine, bei jedem von euch. Bumm, 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 bumm. Ich hoffe, ihr wart begeistert von meinem phantasmagorischen Spektakel. Ich habe kein Detail zu klein. Josh, das war nicht bei dir. Keine Gelegenheit ungenutzt. Es hat so viel Spaß gemacht. Ich war der Puppenspieler bei eurer Pavlovschen Panik. Und all das Blut. Ich meine, Blut. Da war Blut in Massen. Falsche Leichen. Ich meine, der Scheiß war so teuer. Und alles ohne Probe. Nein, nein, nein. Alles ungeprobt. Ihr hättet eure Gesichter sehen müssen. Ich hatte euch am Haken. Jeden Einzelnen von euch. Josh, warum tust du das? Äh, wozu spricht man überhaupt nicht der Bluttenratte? Der spinnt doch. Er hat eine Schraube locker. Er schluckt seine Pillen nicht mehr. Ach, kommt schon, Leute. Rache ist die beste Medizin. Das reicht. Mike, er ist krank. Was kommt schon? Ihr werdet mir doch dankbar sein, wenn ihr alle bald Internetstars seid. Halt mal, was? Oh, ihr könnt mir glauben, dass dieses kleine Baby ein Riesenhit wird. Ich meine, wir haben unerwiderte Liebe. Wir haben, wir haben Blut. Ich glaube, es gibt nicht mal genug Rechner in China, um all die Aufrufe zu zählen, die ihr kriegen werdet. Was heißt, allen geht's gut, du Arschloch? Jessica ist wirklich tot. Was? Hörst du schlecht? Jessica ist tot. Und du wirst dafür büßen, wir alle! Oh, verdient, ne? Ein bisschen schon, ne? Jungs, Jungs, kommt schon. Wirklich, das ist doch völlig verrückt. Warum schlägst du sie? Warum musstest du sie schlagen? Wovon redest du da? Du hast Eschle geschlagen, du Stück Scheiße! Ich war so wütend. Man schlägt keine Mädchen. Das geht gar nicht. Kumpel, Alter, Chris, Bro, ich bin nicht dein Bro. Bro. Wo gehen wir hin? Wohin bringt ihr mich denn? Wir sperren dich weg, Bro. Was? Damit du keine Dummheiten machst, bevor wir die Polizei rufen. Kommt schon. Ich hab gar nichts gemacht. Ist das dein Ernst, Mann? Du bist ein verdammter Mörder, du Arsch. Ich war das nicht. Michael, bitte glaub mir doch, Mann. Ich war das nicht mit Jessica. Schimpfen. Bist du irre? Ganz ernsthaft? Kriegst du nicht in dein Hirn, was du getan hast? Ich bin ein Heiler, Mann. Ich bringe Menschen zusammen. Nicht wie ihr, Arschlöcher. Es reicht. Ihr seht doch nur, was ihr sehen wollt. Ihr seid blind. Ihr seid... Alter. Es ist nicht meine Schuld, dass ihr Penner keinen Spaß versteht. Oh je. Hab ich dir wehgetan? Hast du jetzt irgendwo leichte Schmerzen? Das tut mir ja so sehr leid, Mann. Schluss, Mann. Scheiße, Alter. Michael. Michael. Mike, sorry, Mann. Ich kann dir nicht sagen, wie leid es mir tut, dass Jessica etwas zugestoßen ist. Aber ich schwöre. Ich schwöre dir. Ich habe keine Ahnung, was mit ihr passiert ist. Oh, das stimmt hier nicht. Das stimmt hier nicht, Mann. Oh, machst du Witze? Es fällt mir einfach nur wirklich schwer, zu glauben, dass er Jazz etwas antun würde. Ich war aber selbst dabei. Ich habe es gesehen. Das, das, das ist ihr Blut. Können wir uns nicht einfach alle vertragen? Verdammt. Wir meinen das ernst. Das ist nicht richtig. Nein. So war das alles, doch überhaupt nicht geplant. Ihr seid ein Haufen Fieslinge. Ihr könnt doch nicht jemanden einfach so hier hängen lassen, Jungs. Nicht, dass ihr die Eier hättet, wirklich irgendwas Entscheidendes zu unternehmen. Au. Aggressiv. Deine Note. Alter, halt doch einfach nur die Schnauze, Mann. Genau. Oh, ja. Meine Rede. Was ich meine, ich, ich meine, ich, ich weiß nicht mal, was du meinst. Weil, weil da nichts ist, was ich bereuen würde. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Okay. Fesselt mich nur, okay. Halt still, Mann. Klar, klar, klar. Still. Weil das, das Fesseln erschwert, wenn das Opfer sich wehrt. George, Mann. Lass mir noch ein bisschen Spiel rauben, ja? Was muss ich tun, damit du still bist? Oh, nicht so stramm. Okay? Wir haben es denn das gemacht? Ich kann sonst nicht zappeln. Kabelbinder, die sind der Treffs. Ja. In Gottes Namen, Fasel. Kabelbinder, das ist ganz schön krass. Geisel nahm es der Name. War früher schon mal so traurig? Nein, ich habe ihn noch nie so erlebt. Oder ihr Geld zurück. Ey, Mike. Mike, 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 Mike. Mike, was? Was war da mit Jess, Mike? Du weißt, was da war. Nein? Nein, tu ich. Tu ich nicht. Ich hab ein Problem, Mike. Ich erinnere mich nicht an diesen Mord. So eine Scheiße. Ich meine, also ich denke, also daran würde ich mich sicher erinnern, weißt du? Sie ist so weich. Und bestimmt hat sie wirklich heißen Body. Halt dein verficktes Maul! Aha. Verdammtes Schwein! Halt! Stopp, Mann! Hör auf! Was soll der Scheiß? Ne, ich wollte, du wolltest schießen. Ich habe nur so getan, Mann. Um ihm Angst zu machen. Bitte so ruhig. Sieht, wie das ist. Gott verdammt, Mann. Ich habe ihn fast kalt gemacht. Ganz ruhig. Alles gut. Ihm fehlt nichts. Ich habe das nicht gern getan. Tja. Ja, klar. Geh still. Geh zurück zur Lodge, Mann. W-was? Warum? Ich bewache ihn bis morgen früh. Und du sollst dabei nicht ständig auf ihn einprügeln. Ne, das ist nicht fair. Ich wollte dich nur beschützen. Ja, tja. Job erledigt. Nimm ne Auszeit. Was soll denn das, Mann? Geh zurück zur Lodge. Los. Alter. Jetzt! Ja, jetzt. Puh. Meine Güte. Die Ereignisse überschlagen sich. Wie ist das? Ist das schön? All die Gefühle, die meine Schwestern erleben durften? Vor einem Jahr? Ja. Aber wartet mal. Sie kam nicht mehr zum Lachen. Nein. Nein? Nein, nein, nein. Sie sind fort. Jessica ist wirklich tot. Was? Hörst du schlecht? Jessica ist tot. Und du wirst dafür büßen. Ah, ja. Was war da? Mit Jess, Mike? Ich erinnere mich nicht an diesen Mord. So eine Scheiße. Oh, Gott. Oh, mein Gott. Was? Ja, in den spannendsten Ecken schalten sie immer weg. Ist ja wie bei mir. Kapitel 8, Enthüllung. Drei Stunden bis zum Morgen. Nein, nein, nein! Schiff! Schiff! Ja, benutzt die Handtasche. Oh, shit. What? Äh, jetzt sind die Handtaschen. Shit! Jetzt fühle ich mich wirklich wie Tomb Raider. Aber was war denn das für ein komisches Kackviech da, was da schon wieder von der Decke runtergekrabbelt ist? Das ist doch alles nicht mehr normal, ey. Ja, 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 ja. Okay. In den Spalt gehen. Ja, genau. Ah! Shit! Habe es doch gewusst! Ah, ich habe keine Ahnung. Ich bringe ein Viereck. am then! Ah! Es war nichts. Das war Teeels. belt. Oh! Oh my. Oh! Oh, herkob. Ja, oh Gott. Nein, das ist besser. Oh nein, schon wieder so ein nicht-bewegend-Ding. Bewegt mich wirklich nicht. Wie lange noch? Oh Gott. Ach Gott. Auf die Eck. Nice, jawoll. Wuuuh, wird immer knapper. Oh, es gab es schon. Weiter gehen. Oh, 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 oh. Oh, oh, ich hab's verkackt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach du Scheiße. Oh, oh Gott, oh Gott. Ach bitte, oh bitte, bitte, bitte. Äh. Man. Okay, Butterfly-Fick, warum? Oh Gott! Das ist ein komisches Fisch! Au! Mann, 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 nach dieser Strapage, hey, Strapage, Strapaze, ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Wir sehen uns morgen wieder, wenn es dann heißt, der Shinzon erschreckt sich wieder, wie blöd, ne? Achso Leute, haut rein, tschau!